Du willst ein Abenteuer in Elden Ring mit einer plus 9 legendären Waffe starten, ohne dafür den unmöglichen Sprung in Vulcano Manor machen zu müssen? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Stefan Fuchs und ich zeige dir, wie du in Elden Ring weiterkommst. Los geht's! Als allererstes erstellst du dir natürlich einen komplett neuen Charakter. Du wirst keinen NG Plus oder sonst irgendetwas brauchen. Auch die Wahl der Klasse ist komplett egal. Das, was wir in diesem Video machen werden, funktioniert auf allen Klassen, auf einem komplett neuen, frischen Charakter. Sobald du deinen Charakter fertig erstellt hast, fängt das Spiel hier ganz normal an. Und den Start vom Spiel spielst du ganz normal. Das heißt, du tütest den einen Finger ein, gehst zum großen Boss unten in dem Gebiet und lässt dich entweder von dem Boss besiegen, versuchst ihn zu besiegen oder springst einfach von der Klippe runter. Alles dreist hat dasselbe Ergebnis, nämlich dass das Spiel jetzt richtig anfängt. Danach gehst du den einzigen Weg weiter entlang, den es hier unten gibt und kommst hier zu einem Fahrstuhl und oben dann zu der Tür, die dich raus in die große weite Welt von Limgrave und den Zwischenlanden führt. Hier ist der erste Punkt, den wir anpeilen werden, auf jeden Fall der erste Ohr der Gnade, der auch direkt bei der Weißmaske Warre zu finden ist. Danach folgst du, genauso wie es dir im Spiel in den Infografiken auch vorgestellt wird und gesagt wird, den goldenen Strahlen, bis du zu genau diesem Ohr der Gnade hier kommst, wo eine kleine Zwischensequenz startest, in der du Melina triffst. Am Ende der Zwischensequenz bekommst du dann hier dein Pferd und das werden wir auf jeden Fall brauchen, um am Anfang des Spiels schon eine extrem starke Waffe zu bekommen. Unser nächstes Ziel ist der Shortcut zu Khalid. Dafür gehst du einfach wieder zurück zu dem Ort der Gnade, wo der Weißgesichtige Warre zu finden war. Keine Sorge, auf der Map findest du ganz einfach auch die Stelle. Das ist nämlich mit so einem kleinen Symbol dran gekennzeichnet und direkt daneben steht auch, dass da der Weißgesichtige Warre zu finden ist. Von hier aus gehst du nach Osten zu den Ruinen, die du auch auf der Karte sehr schön erkennen kannst und bei den Ruinen gibt es jetzt hier eine kleine Treppe, die nach unten führt, in einen Raum rein mit ganz vielen Ratten. Die Ratten kannst du entweder besiegen oder ignorieren und schnurstracks weiter zu der Tür rennen. Ich empfehle dir hier aber auf jeden Fall die Ratten zu besiegen, weil die sind jetzt keine sonderlich schweren Gegner und wenn die Ratten einmal besiegt sind, können die dich dann nachher bei dem Shortcut nicht mehr nerven. Sobald die Ratten alle geplättet sind oder du einfach durchgerannt bist, öffnest du jetzt hier eine Tür und hinter der Tür befindet sich eine Schatztruhe. Wenn du die öffnest, wirst du in einer Falle gefangen, die dich schnurstracks nach Kahlit bringt. In Kahlit angekommen, gehst du aus diesem kleinen Häuschen hier raus, rechts an dem Häuschen entlanglaufen und da dann ein bisschen schleichen und zum Tunnel an der Unterseite des Raumes hingehen. Dadurch kommst du dann hier aus dieser Höhle raus, hast Kahlit freigeschalten und kannst dich dann auch wieder frei durch die Gegend teleportieren und bist quasi nicht mehr in der Falle von dieser Schatztruhe gefangen. Nachdem du Kahlit betreten hast, ist unser nächstes Ziel jetzt die nördliche Karte vom Gebiet Kahlit und dafür läufst du einfach nur schnurstracks aus der Höhle raus und dann immer nach Norden. Da sind haufenweise große Straßen platziert, denen du einfach nur folgen musst, von daher solltest du hier kein Problem darstellen, den Punkt zu finden. Auf der Karte habe ich dir auch nochmal markiert, wo genau das jetzt ist, wo wir hingehen wollen und direkt vor dem riesengroßen Turm hier, der auch der heilige Turm von Kahlit genannt wird, befindet sich so ein kleiner Hügel, den du nach oben gehst und da befindet sich hier so ein kleiner Skarabeus oder so ein kleiner Mistkäfer. Wenn du den besiegst, erhältst du eine Dunkelschmiedesteinscherbe oder einen Dunkelschmiedestein Nummer 8. Den werden wir dann später brauchen, um unsere Waffe extrem zu verstärken, das heißt den Käfer einfach nur killen. Du kannst natürlich auch versuchen, den Kegener von einer Klippe runterzuschmeißen. Solange es unten tief genug ist, stirbt er dann unten und bekommst den Splitter trotzdem immer noch. Sollte der Käfer außer Reichweite sein, verschwinden oder irgendwas passieren, dass du die Scherbe nicht bekommst, keine Sorge, geh an einen Ort der Gnade, raste da und schon ist der Käfer wieder da und du kannst nochmal versuchen, den Käfer zu besiegen. Nachdem du den Käfer besiegt hast, gehst du dann einfach zum Fuß des Turms, weil da ist so ein kleiner Stuhlkreis mit ein paar Leichen, die du plündern kannst und bei den Leichen findest du dann auch einen Dunkelschmiedestein Nummer 9, der es dir dann ermöglicht, deine Waffe auf Plus 9 hochzurüsten, also die zweitstärkste Stufe für legendäre oder besondere Waffen. Sobald du Inka-Lied an irgendeinem Ort der Gnade einmal gerastet hast, schaltest du auch schon direkt die Tafelrundenfeste frei und das ist unser nächstes Ziel. Hier kaufst du dir von dem Mönch die beiden Flammenzauber, die werden wir im nächsten Schritt sehr, sehr gut gebrauchen können, sind aber nur eine reine Präferenz, also falls du ungerne mit Flammenzaubern spielst und lieber mit dem Schwert spielen willst und komplett auf Zauber verzichten willst, dann ist es natürlich auch okay. Im nächsten Schritt gehen wir nämlich hier am Anfang wieder in Limgrave direkt nach oben zu dem Schloss von Godric, aber anstelle von in das Schloss rein, werden wir hier bei dieser einen Kurve, wo auch diese große Brücke oben drüber platziert ist, die kannst du quasi gar nicht verfehlen, gehen wir unter der Brücke durch und landen dann an einer Stelle mit einer Fingerleserin und einer zerstörten Brücke. Dieser kleine Pfad hier bei der zerstörten Brücke ermöglicht dir, um das Schloss drumherum zu gehen und quasi das komplette Schloss erst einmal zu skippen und schon in das nächste Gebiet rüber zu gehen, ohne das Schloss durchgespielt zu haben. Alles was du dafür tun musst, ist über diese kleine Brücke so halb drüber gehen, da wo die Brücke dann kaputt ist, gehst du nach unten links weiter und musst hier diesen kleinen Plateau einfach ein bisschen nach oben folgen, bis du zu einem kleinen Waldpfad oder Waldweg kommst. Hier gibt es wirklich nur einen einzigen Weg, also hier kannst du dich gar nicht verlaufen, sondern einfach nur immer weiter hier entlang laufen, bis du dann schlussendlich beim Ort der Gnade ankommst. Vielen Dank. Sobald du beim Ort der Gnade angekommen bist, geht es hier einfach weiter. Es gibt quasi auch hier nur einen einzigen Weg, dem du folgen kannst, der führt dich durch eine kleine Schlucht, durch eine kleine Klippe hindurch, dann durch ein Lager von Gegnern hindurch. Ich versuche am besten gar nicht die Gegner zu besiegen oder irgendwie gegen die zu kämpfen, sondern einfach nur durchreiten und da dann zum nächsten Ort der Gnade weiter hingehen. Als nächstes würde ich dir empfehlen auf jeden Fall die Gebietskarte mit einzusammeln, weil die ist extrem praktisch und das ist das erste was ich mache, wenn ich in ein neues Gebiet gehe, wo ich die Karte noch nicht gesammelt habe, dann gehe ich schnurstracks zur Karte hin und sammle die ein. Das Ziel ist aber nicht die Karte, sondern ganz ganz weit im Westen von dem Gebiet Leonia of the Lakes oder Leonia das Sumpfgebiet. Hier im Westen befindet sich nämlich ein kleiner Erdenbaum und um den zu erreichen, musst du im Prinzip einfach nur in dem Sumpfgebiet immer dann, wenn es möglich ist, nach Westen zu reisen, weiter nach Westen gehen. Das heißt der Weg führt dich dann an einer riesengroßen Klippe entlang, bis du dann irgendwann einmal den Baum schon in der Entfernung sehen kannst, dann ist es gar nicht mehr weit. Neben dem Baum befindet sich ein riesengroßer Turm, an dem ein Ort der Gnade platziert ist. Auf der Karte habe ich dir auch nochmal eingeblendet, wo genau das auf der Karte ist, falls du die Karte schon freigeschalten hast und da einfach nur hinreisen möchtest. Und an dem Ort der Gnade ruhst du dich erst einmal aus, denn als nächstes gilt es den niederen Erdenbaum zu besiegen. Der ist ganz wichtig, um die Scherbe Nr. 7 zu erhalten, denn wenn wir nicht nach Vulcano Manor reisen wollen, um da die Scherbe 7 zu holen, müssen wir am Anfang des Spiels schon in die Hauptstadt reinreisen und die Hauptstadt erkunden, um da in der Kanalisation die Scherbe 7 einzutüten. Der Kampf gegen den niederen Erdenbaum an dieser Stelle hier sollte, sofern du die Feuerbälle, die ich dir empfohlen habe, ausgerüstet hast, wirklich extrem einfach sein. Du hältst ordentlich Abstand zu dem Viech, das befrisst extrem viel Schaden durch Feuerbälle und wirfst dann einfach nur deine Feuerbälle auf den Gegner drauf. Die Attacken sind relativ einfach auszuweichen, wenn du wirklich nur genügend Abstand einhältst gegen deinen Gegner hier, kannst du die Feuerbälle von der Entfernung einfach draufschmeißen. Und die einzige Attacke, die dich wirklich treffen kann, wenn du viel Abstand zum Gegner einhältst, ist im Prinzip nur die Attacke, wo er auf dem Boden stampft und da ganz viele kleine gelbe Lichter rauskommen. Da dann einfach nach links oder rechts rennen, so einen Kreis um den Gegner drum herum rennen, dann verfehlen dich die ganzen Zauber. Alternativ kannst du natürlich auch nur dein Schild mitbenutzen, wenn der Gegner seine physischen Attacken raushaut. Wenn du hier ein Schild benutzt, was 100% physische Abwehr hat, dann kommt er da auch gar nicht durch und weil er so langsam ist, kann er selbst, wenn deine Haltung gebrochen ist, das gar nicht ausnutzen. Der Gegner ist also relativ einfach hier zu besiegen und sobald wie der down ist, bekommst du eine Kristallträne, die du dann brauchen wirst, um im nächsten Schritt in die Hauptstadt reinzukommen und die Hauptstadt schon im Early Game erkunden zu können. Der zweite wichtige Gegenstand, der hier unbedingt auch noch abgeholt werden muss, ist natürlich die Flasche der Medizin und wenn du die Medizinflasche dann an genau dieser Stelle hier abgeholt hast, musst du einfach nur dran vorbeilaufen, auf der Map nachgucken und genau hier an dem Punkt die Flasche einfach nur eintüten, ist kein Gegner da, der die irgendwie bewacht oder beschützt, von daher sollte das jetzt nicht das Problem darstellen. Sobald du die Kristallträne hast, ist unser nächstes Ziel der südlichste Punkt im Spiel. Dafür gehst du einfach in Limgrave, dann weiter nach Süden, kommst hier auf die Halbinsel der Tränen und läufst hier auch immer, immer weiter nach Süden, um den südlichsten Punkt zu erreichen. Ich habe den dir auf der Map auch schon hier gezeigt und markiert und dort findest du einen Wachtturm mit einer Truhe obendrauf. Wenn du die Truhe öffnest, bringt die dich direkt in die Hauptstadt auf einen großen Turm in der Hauptstadt. Und wir sind in der Hauptstadt. Waaay! Also wollen wir nur noch die Hauptstadt erkunden. Alles was wir dafür brauchen, um die Hauptstadt zu erkunden, ist unsere Flasche der Wundersamen Arznei. Wenn wir uns hier, auf diese unsichtbare Plattform, genau hier auf der Ecke, trinken die Arznei. Wenn nicht, ich habe es versaut. Wenn nicht, ich habe es versaut, aber es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Falls man es versaut, landet man direkt wieder hier. Dann kann sie sein Stuff wieder... Dann kann sie sein Stuff wieder einsammeln, wenn man nicht zu doof ist. Wenn man nicht zu doof dafür ist, dann kann man sich sein Stuff wieder einsammeln. Also eigentlich gibt es da kein Risiko. Ganz, ganz wichtig, damit der Shortcut, die Abkürzung hier funktioniert, ist, du brauchst die gesprungene Kristallträne in deiner Arznei drin. Damit der Trick jetzt aber auch wirklich funktioniert, musst du dich auf diese unsichtbare Plattform hier stellen oder auf diesen unsichtbaren Teil der Plattform deiner Arznei trinken und in der Animation, wie du trinkst, nach unten laufen. Wenn du dann fällst, währenddem du getrunken hast und dann dein Charakter anfängt zu leuchten, dann ist schon mal alles richtig vorbereitet. Jetzt musst du nur noch die rechte Schultertaste drücken oder, je nachdem auf welcher Plattform du spielst, die leichte Angriffstaste, kurz bevor du am Boden aufkommst. Dadurch explodiert dann die Arznei. Dein Charakter erhält die Hälfte der Lebenspunkte ungefähr an Damage. Du landest aber unten und kannst hier den Hebel benutzen, um den Fahrstuhl zu aktivieren und nach oben fahren zu lassen und hast somit die Hauptstadt freigeschalten und kannst die jetzt hier erkunden. Da gibt es haufenweise tolle Sachen. Du kannst Albrechtsrobe schon ganz am Anfang einsammeln. Du kannst in der Tafelrundenfeste, wo du jetzt hier direkt am Anfang schon landest, das Schwert der geheimen Worte freischalten und das als Anfangswaffe mitnehmen. Es ist auch eine sehr, sehr starke Waffe, es ist ein Einhandschwert, das komplett alle Rüstungen und Schilde und Blocks ignoriert. Aber ganz, ganz, ganz wichtig, wenn du den Shortcut hier spielst, dann wird Melina dich natürlich verlassen, weil du schon in der Hauptstadt bist. Und dadurch kannst du mit ihr an anderen Orten der Gnade nicht mehr reden und kannst hier keine Backstory oder Hintergrundwissen zu den einzelnen Gebieten von ihr mehr erfahren, wenn du am Ort der Gnade mit ihr sprichst. Als nächstes tüten wir natürlich den Blitz von Gransachs ein. Dadurch gehst du einfach unten in die Hauptstadt hin, durch das große Tor durchgegangen, da zum Ort der Gnade und von dem Ort der Gnade im Zentrum der Hauptstadt geht es einfach nur die eine Treppe links neben dem großen Tor entlang, auf den Pavillon hier drauf hüpfen, dann auf die Säule drauf hüpfen, oben in das Loch rein hüpfen, dann den Speer von Gransachs, das ist ein riesigen, langes Projektil, was auch immer das ist, entlang laufen und da findest du dann die ganze Blitz von Gransachs. Die ist auch extrem stark und kann ich dir total empfehlen, wenn du am Anfang nicht weißt, welche legendäre Waffe du gerne spielen möchtest, dann ist die definitiv sehr gut geeignet, um dich weit durchs Spiel durchzuführen. Als nächstes gehen wir zum selben Ort der Gnade wieder zurück, gehen die Treppe nach unten und halten uns hier links am Gelände, bis wir unten irgendwann einen Brunnen sehen. Da einfach nach unten zu dem Brunnen gelaufen, die Leiter nach unten klettern und schon sind wir in der Kanalisation unten angekommen. Das ist dann auch wirklich der Ort, die Stelle, wo wir die 7er Scherbe einsammeln können, hier gibt es auch noch eine 6er Scherbe. 6er Scherben gibt es an vielen unterschiedlichen Orten, von daher brauchen wir uns da eigentlich keine Sorgen machen, aber wenn die hier schon mal in der Nähe ist, dann können wir die hier auf jeden Fall mit eintüten. Solltest du ein bisschen aufpassen wegen den kleinen Krabbelgegnern hier, die könnten dir eventuell das Leben zur Hölle machen, weil du halt vom Level her und allem noch gar nicht dafür geeignet bist, hier in der Kanalisation rumzulaufen. Aber wenn du dem einzigen Gang hier folgst, den es in der Kanalisation an der Stelle gibt, dann solltest du relativ schnell auch wirklich den Ort der Gnade finden, zu dem du immer wieder zurückkehren kannst und der uns hier als Basis in der Kanalisation erstmal für ein kleines Weichen dient. Im Video siehst du jetzt natürlich auch den ganz genauen, exakten Weg, wie du zu dem Ort der Gnade hinkommst. Bis zum nächsten Mal. Sobald du den Ort der Gnade aktiviert hast, ist jetzt so unsere erste Gnade. Die erste Aufgabe, den ersten Shortcut in der Kanalisation freizuschalten. Dafür lässt du dich hier unten in das Loch reinplumpsen, läufst dann nach rechts durch das nächste Rohr durch und folgst dem Weg jetzt hier einfach genauso, wie ich es dir im Video zeige. Dadurch kannst du einen Hebel dann betätigen und den ersten Shortcut in der Kanalisation freischalten, den wir dann auch brauchen werden, falls wir kurz vorm nächsten Stein sterben sollten und das wäre natürlich extrem ärgerlich. Vielen Dank. Sollte dir genau das passieren, dann gehst du nämlich einfach vom Ort der Gnade wieder nach links und wenn du genau den Gang einfach entlang läufst, findest du hier dann dieses riesengroße Tor, was du gerade eben aufgemacht hast. Hier an dieser Stelle kannst du entweder nachdem du es aufgemacht hast oder falls du da lang gestorben bist und hier nochmal langläufst, einfach durchgehen, dann links auf der Seite nach unten dich fallen lassen und landest hier vor so einem kleinen Käfer. Den kleinen Käfer kannst du jetzt hier besiegen und dadurch bekommst du den Dunkelschmiedestein Nr. 6. Als nächstes kümmern wir uns um den Dunkelschmiedestein Nr. 7, dafür gehst du wieder in das kleine Loch rein, aber anstelle von rechts in das Rohr, wo du gerade eben lang gelaufen bist, läufst du weiter geradeaus und dann nach links. Dadurch kommst du hier in einen kleinen Bereich mit ein paar Blumen drin, denen einfach ausweichen und die nächste Leiter nach oben klettern. Und hier findest du jetzt oben an der Decke drei kleine Hände. Ganz wichtig, es geht um die kleinen Hände, nicht die große Hand, die im nächsten Raum sich unten im Fußboden versteckt. Du willst die kleinen Hände besiegen und eine der kleinen Hände droppt dir einen Dunkelschmiedestein Nr. 7. Den tötest du auch mit ein und dadurch haben wir quasi die Schmiedesteine Nr. 6, 7, 8 und 9 fertig und brauchen jetzt im folgenden nur noch die Steine 1 bis 5. Vielen Dank. Am einfachsten ist der Zugang zu den Steinen 1 bis 4. Dadurch portest du dich jetzt zu dem Ort der Gnade hin, wo du den kleinen niederen Erdenbaum besiegt hast und von hier aus geht es dann einfach schnurstracks immer weiter nach Norden. Es gibt hier eine einzige Straße und du kannst dich einfach an den Himmelsrichtungen orientieren und läufst hier einfach immer weiter nach Norden. Auf deinem Weg kommst du natürlich an einem kleinen Wäldchen vorbei, an dem Turm mit den vier Glockentürmen drin, an der Stelle wo man das Quallenschild einsammeln kann. Du läufst durch einen riesengroßen Außenposten hindurch, da auch wieder genau dasselbe wie die ganze Zeit. Ignoriere alle Gegner, reite einfach an denen vorbei, notfalls halt ein bisschen Abstand zu den Gegnern, damit sie dich eben nicht angreifen und nicht treffen. Und irgendwann kommst du in eine kleine Ruinenstadt, wo ein paar Zauberer drin sind, die zum Großteil auch unsichtbar sind und erst in der allerletzten Sekunde, bevor sie dich angreifen, sichtbar werden. Das ist jetzt hier das große Ziel, was wir erreichen wollten. Hier läufst du nämlich wieder weiter immer nach Norden und kommst da zu einer Wand, die direkt an der Straße platziert ist, wo es so aussieht, als ob die Straße durch die Wand einfach weitergehen würde. Und das ist hier auch wirklich der Fall. Du schlägst einmal gegen die Wand dran, die Wand verschwindet und dahinter befindet sich dann ein Ort der Gnade und der Schmied Iji. Hier an dem Ort der Gnade rufst du dich einmal aus und bei dem Schmied Iji bekommst du die Steine 1, 2, 3 und 4. Die kannst du hier einfach kaufen und falls du hier an dieser Stelle nicht genügend Runen hast, kann ich dir auch einige der besten Runen-Farmspots im Early Game empfehlen. Da habe ich dir oben rechts in der Ecke ein Video von mir verlinkt, wo ich ein bisschen auf die Runen-Farmspots am Anfang des Spiels eingehe. Der einzige Dunkelschmiedestein, der uns jetzt noch zu unserem Glück in Form einer plusneuen legendären Waffe direkt am Anfang des Spiels fehlt, ist der Schmiedestein Nummer 5. Und dafür portest du dich einfach nach Kalid zu diesem riesigen Sumpfgebiet und jetzt ist das Ziel das nördlichste Ende von dem Sumpfgebiet. Das kannst du auf der Karte auch ganz ganz einfach erkennen. Dieser dunkle Fleck auf der Karte, das ist der Sumpf in Kalid und hier einfach im Norden da langlaufen, wo diese Felsspalte auf der Karte sehr gut ersichtlich ist. In der Welt kannst du die auch überhaupt nicht verfehlen, wenn du am nördlichen Ende von dem Sumpfgebiet einfach entlangläufst. Da ist da diese riesengroße Felsschlucht und am Ende dieser Felsschlucht ist ein blauer Kristall mit genau dem Dunkelschmiedestein Nummer 5. Wenn du jetzt alle deine gesammelten Dunkelschmiedesteine einsetzt, um irgendeine legendäre Waffe auf plusneuen aufzurüsten, dann schnetzelst du durch die Gegner einfach nur extrem durch und kannst dich hier schon am Anfang des Spiels wie ein richtiger Eldenring-Gott fühlen. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, den Blitz von Granzax zu nehmen, falls du keine andere Waffe hast oder findest, die du gerne spielen möchtest, weil der Blitz von Granzax wirklich extrem stark ist, eine super Range hat mit seiner Weapon Art, aber auch sonst halt der viele Möglichkeiten bietet, deine Gegner vorzuführen und in einer sicheren Distanz einfach die Gegner nach und nach auszuschalten. Was viele insbesondere beim Blitz von Granzax unterschätzen ist, obwohl die Fähigkeit mit diesem Blitz, den du schleuderst, extrem stark ist, sind die Basisattacken der Waffe auch extrem stark. Das heißt, wenn du dich hinter deinem Schild versteckst, immer ausweichst, die Attacken der Gegner notfalls abwehrst und dann mit Basisattacken den Gegner zusetzt, dann kannst du hier auch massiven Damage machen und so deinen Gegner innerhalb kürzester Zeit besiegen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann zeig das doch bitte mit einem Däumchen nach oben und empfehle das Video deinen Freunden weiter, denn das ist jetzt hier der einzige mögliche Weg, wie du ohne den unmöglichen Sprung in Vulcano Manor auch schon am Anfang des Spiels eine plus 9 legendäre Waffe bekommst und damit die Gegner, die Bossgegner absolut dominieren kannst. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß weiterhin beim Zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye, bye!